Was hast du gerade gesagt? Drucker sind Huren-Söhne? Marcel, so starten wir doch jetzt nicht. Du wirst gleich ausgepiept. Drucker sind höchst unzufriedenstellende Gegenstände. Das hast du nicht gesagt. Das habe ich genauso formuliert. Ich würde nie ein solches böses Wort in den Mund nehmen. Gerade wenn wir so viele tolle Menschen für diese tolle Review hier begeistern wollen. Marcel, zügel dein Mundwerk. QR-Calinguum heißt das auf Latein. Zügle deine Zunge. Ich bin voll dabei, Tobi. Wir machen jetzt Smackdown. Bist du dabei? Easy. Am Freitag war es bei WWE wieder Zeit für Smackdown. Wir sprechen für euch über das Geschehen und wünschen euch jetzt viel Spaß bei der Review. Und da sind wir bei der Smackdown-Review. In anderthalb Wochen ist Fastlane-Pay-Per-View. Wir sind auf der Road to WrestleMania. Wir hatten, wer das gehört hat, bei Raw & Raw, was sogar mir nicht gefallen hat. Das muss schon viel heißen. Kleiner Spoiler vorab. Das hat sich heute bei Smackdown leider auch ein wenig bewahrheitet. Ich bin längst nicht gebrochen. So ist es jetzt auch nicht. Aber dieses Smackdown verdient auf alle Fälle eine nähere Betrachtung. Der Björn, der fährt heute wieder ganz systemrelevant mit der Eisenbahn durch dieses Land. Aber wir haben natürlich einen mehr als würdigen Ersatz gefunden. Immer wieder eine Freude hier. Die Stimme von Spotfight, AEW und was ich sonst noch so alles hier begrüßen dürfte. Es ist ein topmotiviertes Hallo, was von mir rausgeht an den Mann von uns, für uns bei der Bravo Sport. Hallo, Tobias Enke. Hallo, lieber Marcel. Ich bin eigentlich nur da, damit heute mal jemand deinen Namen richtig ausspricht. Hallo. Ja, da bist du, glaube ich, auch der Einzige. Der Einzige im ganzen Team, der meinen Namen kennt und aussprechen kann. Einer muss, ja. Und wo wir gerade bei Wortspielen sind. Es wurden ja schon viele Wortspiele in Sachen Raw to WrestleMania gemacht. Da reiche ich mich heute mal nicht ein. Ist heute nicht das Forum. Bei Raw machen wir immer den Wahnsinn. Heute sind wir ein bisschen seriöser unterwegs. Und deswegen frage ich doch mal, wenn wir Journalisten haben, frage ich mal ganz frei raus, Tobi. Tut die WWE gerade in deinen Augen ausreichend viel dazu, um für uns als Universum ein WrestleMania zu kreieren, für das man wegen der Inhalte einschaltet und nicht nur, weil es eben WrestleMania ist. Ich denke, diese Frage kann man eigentlich fast nur mit einem Nein beantworten. Denn wenn wir uns mal anschauen, was ist denn jetzt im Moment für WrestleMania aufgebaut? Also wir haben halt die Matches von den Royal Rumble-Gewinnern, Schrägstrich der Gewinnerin des Rumbles. Und dann haben wir wahrscheinlich noch Fiend gegen Orton. Und dann wird's dünn. Und das ist gerade mit Hinblick darauf, dass es halt jetzt noch ein paar Wochen sind. Ich glaube, fünf Wochen sind es jetzt insgesamt noch. Muss ich sagen, ist das schon ein bisschen sehr unzufriedenstellend. Nee, vier Wochen sind es sogar noch. Also das ist tatsächlich, selbst für WWE-Standards, für WrestleMania arg uninspiriert. Ich glaube, man wird auch heute für 95 Prozent des Kaders keinen Plan haben, was sie bei WrestleMania machen, sondern wird sich das halt zurecht bucken, weil es ist halt WrestleMania. Und die Leute werden ja sowieso einschalten. Darauf wird man setzen. Und vielleicht zeigt man uns in zwei Wochen auch noch kurz Goldberg, der zurückkommt. Keine Ahnung. Aber da setzt man, glaube ich, gerade wirklich einfach auf dieses, ja, die Leute schalten eh ein. Und was wir aufbauen, das schauen wir mal. Ich meine, wer hätte es ahnen können, Marcel? Wer hätte das ahnen können, dass es auch dieses Jahr zufällig genau so passiert. Also ich bestimmt nicht. Ich warte immer mit dem Westen in der WWE. Ich hoffe immer. Aber man wird am Ende doch enttäuscht. Und dann ist das ja immer so, dann haben die ja ihr Skript zusammen und haben schon irgendwie was gemacht. Und sobald das dann fertig ist, guckt sie, finde ich, wenn man dann an und sagt, nee, nee, das gefällt mir nicht. Und dann geht es ja wieder gerade von Neuem los, was man so gehört hat. Dann fängt man nochmal komplett neu an. Und dann wird tatsächlich im letzten Moment nochmal Goldberg rausgeholt. Und genau in dieser Phase sind wir gerade in der WWE. Oder bei SmackDown heute. Die Show ging los mit Edge. Der Royal Rumble-Sieger steht im Ring. Vorher bekommt er noch ein, wie immer, krachend revolutionäres Feuerwerk geboten und redet sich dann ein paar Sachen von der Seele. Er spricht Roman Reigns direkt an. Hör mal, Roman, du wolltest die ganze Zeit, dass ich dich als Tribal Chief anerkenne. Ich hab dich am Ende ausgesucht. Ich hab das gemacht. Und wir beide bestreiten das Main Event von WrestleMania. Und dann hat dich aber dieser Daniel Bryan auf einmal ausgespielt. Und genauso geht er dann auch auf Daniel Bryan los. Daniel Bryan, du sagst doch, dass du das Match bei WrestleMania verdienst, weil du Wrestling liebst. Was verdiene ich denn dann erst? Und dann zählt Edge alles auf, wie er praktisch vier Jahrzehnte lang Tag für Tag gegen eine Legende nach der nächsten alles gegeben hat. Da vergisst er halt das eine Jahrzehnt, wo er komplett gar nicht da war. Und er sagt, aber ich hab das nicht gemacht, weil ich das musste. Ich liebe Wrestling. Und ja, dann sind wir in dieser exakt gleichen Argumentation, die Daniel Bryan uns ja auch geliefert hat. Und Edge versucht jetzt, uns zu erzählen, dass er mehr Wrestling liebt als Daniel Bryan. Wir haben ja letzte Woche erfahren, dass Daniel Bryan keine Ambitionen hat. Er hat immer alles hingenommen, immer wenn er verloren hat. Er hat es immer hingenommen und sich nicht aufgeregt. Der Erfinder des Yes-Movements. Und jetzt steht Edge halt genau gleich da. Aber Edge hat eben diesen Royal Rumble-Sieg in der Tasche. Und trotzdem beschwert er sich jetzt. Er muss auf der Couch sitzen und sich bei Fastlane Daniel Bryan gegen Reigns anschauen. Hat Edge da eine Edge? Ich weiß, also er muss in erster Linie, weiß ich nicht, ob er böse sein muss. Er kann sich ja jetzt einfach komplett auf sein Mania-Match fokussieren. Und hat ein Match zum Beispiel weniger bei Fastlane, wo er sich zum Beispiel hätte verletzen können oder alles Mögliche. Also ich wäre aus Edge-Sicht, wäre ich eigentlich ganz zufrieden, muss ich sagen. Dieser ganze Start an sich war okay. Es sind halt jetzt die beiden Fan-Lieblinge. Bryan hat mit seiner Promo halt einfach auch noch mal versucht, einen Grund zu liefern, warum wir als Fans ihn denn jetzt anfeuern sollen gegen Roman Reigns bei Fastlane. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Bei mir deutet sich im Kopf, oder da schimmert so ein Triple-Threat-Gedanke aktuell durch für Mania, dass man vielleicht nicht sagt, wir stellen eins gegen eins, Spear versus Spear. Weil da ist man irgendwie noch gar nicht draufgegangen, finde ich. Also dafür, dass man jetzt noch einen Monat hat, um diese Geschichte zu erzählen, hat man irgendwie noch erstaunlich wenig Substanz bei Reigns gegen Edge. Und deswegen glaube ich tatsächlich, ist es gar nicht unrealistisch, und wir reden ja am Ende der Show dann noch mal über einige Kleinigkeiten, ist es gar nicht unrealistisch, dass es bei Fastlane ein uncleannes Finish gibt. Und dann haben wir Edge gegen Reigns, gegen Bryan bei WrestleMania. Und dann müsste Roman Reigns nicht gepinnt werden, kann den Titel trotzdem verlieren. Ja, das wäre eine Möglichkeit. Da gehen wir auf alle Fälle zum Schluss noch mal drauf ein. Ja, wer weiß, wo das da hingeht. Erstmal stehen wir ja hier mit Edge im Ring. Der hat ja, der kann ja was sagen. Der hat ja von Platz eins den Royal Rumble gewonnen. Der hat ja Power hinter seiner Stimme, aber Daniel Bryan hat es eben im Ring gezeigt. Und Daniel Bryan erwidert das dann auch. Er sagt ja, ich respektiere dich. Ich will dich hier nicht übergehen. Ich dachte, du verstehst mich als ultimative Opportunist. Du verstehst, dass ich mich selbst um meine Belange kümmern musste. Ich habe hier meinen letzten Schuss abgefeuert. Ich habe gemerkt, ich muss jetzt darum kämpfen. Ich muss kämpfen, ins Main Event von WrestleMania zu kommen. Edge, es geht dabei nicht um dich. Du hast dein Main Event bereits sicher. Und dann fand ich das Ganze, also erst mal fand ich dieses Eröffnungssegment dafür, dass Edge und Daniel Bryan da im Ring waren und Promos gehalten haben, fand ich es ein bisschen wenig intensiv. Du sagst ja auch schon, dass da noch ein bisschen zu wenig gemacht wird. Ja, muss man gucken. Edge kam mir da so ein bisschen zu Healy rüber. Ja, gegen unser aller Daniel Bryan. Das finde ich aber auch langfristig gar nicht mal so doof, zu sagen, Edge, dass er jetzt vielleicht noch so irgendwie die Fans eh nicht da sind. Warum soll er denn nicht hier spielen? Also, finde ich, spricht an sich jetzt gar nichts dagegen. Wenn Fans wieder da sind, werden sie ihn natürlich bejubeln, klar. Aber irgendwie jetzt ein Heal-Turn nach WrestleMania vielleicht oder zu WrestleMania mit dem Titel, also muss ich sagen, hätte ich jetzt gar nicht so viel dagegen. Ja, da ist aber das Problem, dass er gleichzeitig der Überface gegen Roman Reigns sein muss, wenn es zu diesem Match kommen sollte. Klar. Ja, das passt da nicht. Und vor allem passt es nicht zu dem, was er vor der Elimination Chamber zu Daniel Bryan gesagt hat. Da haben sie sich am Backstage getroffen. Und da hat er ja genau gesagt, ich identifiziere mich mit dir. Du bist genau mein Weg. Ja, Elimination Chamber ist ja schon wieder so lange her. Wieder vorbei. Das ist ja jetzt total egal, was Edge da gesagt hat. Mein Fehler, mein Fehler. Ist so. Okay, dann lassen wir ihm das durchgehen, dass er jetzt so ein bisschen fieser gegen Daniel Bryan zu Werke geht. Er sagt ja auch, du hast jetzt gegen Roman Reigns verloren. Es war zwar nur ein Zwei-Minuten-Match, aber du hast verloren. Und auch im Royal Rumble habe ich gewonnen. Und du warst im Rumble drin. Und damit habe ich auch gegen dich gewonnen. Also schauen wir mal, ob das eine Facette gibt, dass es gegen Reigns Face wäre und gegen Bryan so ein bisschen heeliger. Vorfans, ohne Fans. Wir werden es sehen. Ich bin gespannt. Wir gehen oft im Main-Event nochmal näher auf die Sache ein. Und Tobi, jetzt würde ich das heute mal so machen, weil der Björn nicht da ist und weil wir so ein bisschen journalistischer unterwegs sein können und die Füße nicht auf dem Tisch haben wie sonst. Wir gehen die Blöcke heute mal nach Divisions durch. Weil so viel hat sich nicht angeboten. Also wer NXT geschaut hat, ich habe da auf Patreon spontan die Review gemacht. Könnt ihr euch gerne mal einhören. Da gab es 20 Segmente. Da wurde jeder Furz nochmal groß verkündet. Apropos Patreon. Ich möchte an einen unserer neuesten Supporter einfach mal einen Shoutout raushauen, weil ich den Namen so lustig finde. Und zwar am 13. März haben wir einen neuen Supporter erhalten mit dem charmanten Namen Sturmpanzerkampfwagen A7V. Herzlichen Glückwunsch und herzlich willkommen bei uns auf Patreon. Ja, ich habe den Namen jetzt schon wieder vergessen. Jetzt haben wir doch den Namen für die Review haben wir jetzt auch. Sturmpanzerkampfwagen. Und die Leute werden sich fragen, was war bei SmackDown los. Und wir können euch sagen, nichts war los. Es war so viel los, dass wir über die Divisions reden. Ja, das ist auf alle Fälle ein guter Name. Da kann man mal bringen. Danke an dich als neuen Patreon. Ja, nein, also wir gehen, weil nicht so viele Segmente waren, machen wir mal die Divisions und gucken uns mal so im Einzelnen an, was die WWE aktuell zu bieten hat. Kann auch ein bisschen Raw dabei sein. Wir sind ja heute, wir sind da nicht so, weil wenn SmackDown schon nicht so viel hergibt. Und da würde ich gerne mal mit den ganzen Tag Team Divisions anfangen, die wir mittlerweile in der WWE haben. Bei NXT ist sogar noch ein neuer Gürtel dazu gekommen. Also das Problem wird noch mehr vergrößert. Wir haben jetzt so viele Tag Team Gürtel. Anlass nehme ich zu einem Match, zu dem man gar nicht viel sagen muss. Die Three Prophets zusammen mit den Mysterios gegen die Dirty Dogs und die Alpha Academies. Tobi, es war 8-Man-Tag-Team-Action. Ja, und es sah irgendwie lustig aus, als wäre Ray das Kind einer Dreierbeziehung. Das ist jetzt nicht mein qualifiziertester Kommentar im Podcast. Aber im WWE-Review dann richtig, denke ich mir. Ja, doch, unter meiner Führung darfst du sowas bringen. Ja, also das Match war einfach, wir verwursten irgendwelche Tag Team-Fäden. Es war wirklich ein absolutes House-Show-Match. Ja. Zu 100 Prozent. Die Faces gewinnen dann am Ende. Das Match selbst hat keine Bedeutung. Problem ist halt, wir sind halt vier Wochen vor WrestleMania. Man könnte meinen, da passiert mehr. Aber was ich gerade schon eingangs gesagt habe, für keinen dieser hier im Match Beteiligten hat WWE gerade irgendeinen Plan, was die in vier Wochen bei Mania machen. Und das ist dann halt leider, finde ich, insgesamt nicht gut. Nee, nee. Also das Match, zwölf Minuten, und das war das längste Match heute Nacht oder in dieser SmackDown-Ausgabe. Es endet mit einem Throck-Splash von Montes Ford, die guten Gewinnen. Es war Haus-Show. Es war durchaus amüsant anzuschauen, aber komplett egal und auch nicht weiter besprechenswert. Ich würde dann aber tatsächlich gerne auf diese ganze Tag-Team-Wurstelein in der WWE eingehen. Also in meinen Augen für so eine Tag-Team-Division. Da braucht man erst mal die Tag-Teams, dass die überhaupt erst mal da sind. Und dann braucht man auch ... Betonung auf Team. Teams und nicht zwei zusammengewürfelte Einzel-Wrestler. Und dann braucht man aber vor allem auch den Willen, dass man diese auch bis ins Main-Event pushen will. Dass man im Idealfall auch mal so eine Raw oder auch mal ein Pay-Per-View mit einem Tag-Team-Match im Main-Event macht. Das sehe ich komplett überhaupt nicht. Also aktuell könnten die ja auch so einen Backstage-Interviewer-Title einführen, nur weil wir viele Backstage-Interviewer haben. So kommen wir das gerade vor. Also siehst du da irgendeine klare Linie in Richtung WrestleMania auf irgendein spannendes Tag-Team-Match inklusive NXT? In Richtung Mania macht man es meistens so, da gibt es halt ein Multiman-Tag-Team-Match. Vielleicht dann einfach noch ein Ladder-Stipulation oder irgendwas dazu und dann wird das schon ein Spektakel. Da setzt man einfach drauf, dass die handwerklich im Ring schon abliefern können. Das können sie ja. Also das kann man ja nicht abnehmen. Das Problem ist, das ist heutzutage kein Alleinstellungsmerkmal. Gutes Wrestling ist für einen Marktführer im Jahr 2021, was Wrestling angeht, nicht genug Alleinstellungsmerkmal, sondern es bräuchte eine Division, die tiefer hat, die vor allem verschiedene Teams mit verschiedenen Charakteren hat und es braucht halt, das sage ich immer und immer wieder, es braucht halt Geschichten. Diese Tag-Team-Division besteht seit Jahren aus Match, Titelwechsel, Match, Beatdown, Turn, Titelwechsel, Match, aber keinerlei Geschichten. Die letzte halbwegs anständig erzählte Tag-Team-Geschichte war vor Jahren mal Usos gegen New Day, die eine gute Match-Serie hatten. Da war aber auch im Endeffekt der Fokus mehr auf Matches. Einmal so ein Tag-Team-Promo-Segment, was nicht zum Fremdschämen ist, wo wir wirklich was über die Charaktere erfahren, was die Teammitglieder miteinander verbindet, warum wir für sie oder gegen sie sein sollen. Und das bitte nicht in der 0815-Ausführung, sondern wirklich mal mit einer kreativen Geschichte dahinter, die auch ein bisschen am Zahn der Zeit ist. Kann nicht zu viel verlangt sein. Leider ist die WWE Tag-Team-Division von Spannungen extrem weit entfernt. Ja, leider, leider. Also eigentlich ist es echt immer so, es findet sich ein Tag-Team, das wird ja meistens auch zusammengebaut aus zwei Wrestlern und die hassen dann zufällig genau gerade die, die gerade Champions sind. Und darauf baut man das dann auf, da macht man so zwei, drei Segmente und dann kämpfen die nochmal einzeln gegeneinander und dann das große Match bei Fastlane und so. Da sind wir uns ja einig, Tag-Team-Wrestling ist in der WWE aktuell leider tot und ich sehe auch für WrestleMania, wir haben im Moment die Dirty Dogs als Champions und wir haben das Hurt-Business noch als Champion, vermutlich verlieren sie bei Raw, ich weiß nicht, warum die sonst spontan so ein Tag-Team-Match ansetzen wollen gegen New Day. Ich sehe da tatsächlich auch nichts. Schade, schade. Aber das hat die WWE halt jetzt auch die letzten Wochen, Monate und Jahre verbockt. Das kann man so festhalten. Also wenn ihr in den Kommentaren eine andere Auffassung habt, dann schreibt uns natürlich sehr gern. Aber wir beide zumindest können dieser Tag-Team-Division, auch mit gutem Willen leider gerade, so gut die Worker ja selber sind, können wir dem leider gerade nicht unterstellen, dass das spektakulär, atemberaubend oder gar spannend ist. Wenn der Tobi mir schon das mit den Kommentaren abnimmt, kann ich nochmal erwähnen. Hör mal, Leute, letzte Woche war doch eine sehr müde Runde. Da muss mal wieder mehr kommen, da müsst ihr mal schreiben. Schreibt euch euren Frust mit der WWE von der Seele. Schreibt alles rein, schreibt, wie toll ihr den Björn findet, dass der wiederkommen soll, sowas. Gut, meine Frage letzte Woche war auch nicht die beste. Ich hab halt gefragt, weil doch Michael Cole und Corey Grave beide in Ring Zeit hatten bei SmackDown, was ihr euch gerne für ein Match von Michael Cole bei WrestleMania gönnen wollt. Damit willst du die Leute heiß machen. Damit wollte ich die Leute heiß machen. Wow. Ja, das war mein Versuch, aber irgendwie hat das nicht funktioniert. Ich ahne, warum. Ja, ich bin doch ein Anfänger. Lass mich das mal machen. Ist okay, manchmal muss man auch einfach Fehler machen, um zu lernen, Marcel. Ich finde, du machst dich aber trotzdem sehr gut. Manchmal aber ist es halt so, wenn das Kind die Hand auf die Herdplatte gelegt hat, macht es das nicht mehr. Und wenn du diesen Lernprozess auch hast, und ich traue dir den zu, dann wirst du die Leute nicht mehr fragen, was ist ihr Lieblingsmatch von und mit Michael Cole. Die WWE lehrt uns, wenn du die Hand auf die Herdplatte legst, dann legst du sie dir danach wieder drauf und hoffst, dass es diesmal anders ausgeht. Das lehrt mich die WWE seit so vielen Jahren. Ja, das stimmt allerdings. Wir versuchen es dir besser beizubringen. Ich vergesse das, Michael Cole. Aber komm, dann machen wir eine bessere Frage. Und zwar, wie wäre es denn damit? Welcher Wrestler braucht in euren Augen noch einen am meisten Aufbau für WrestleMania? Gehen wir mal diese Schiene. Vielleicht fällt euch da was ein. Denkt dran, dass die Kommentare ein Zeichenlimit haben. So viele, wie man jetzt aufschreiben müsste. Leute, wir zeigen dem Tobi jetzt, dass ich das durchaus schaffe, euch zu Kommentaren anzuregen. Los, los, jetzt, jetzt. Komm, wir gehen weiter bei SmackDown. Wir hatten kurz Molly Holly ist unser erster Hall of Famer, die wurde bekannt gegeben. Haben wir was zu Molly Holly zu verkünden? Holy Moly. Holy Moly. Ja, nee, ich auch nicht. Gut, dann gehen wir weiter. Die zweite Division oder Block ist für mich heute der Block ohne Title, weil das einfach chronologisch bei SmackDown so passiert ist. Also jetzt die Card, die wir haben, nennen wir sie Midcard, die gar keinen Titel braucht, die so intensive Fäden haben, und dass sie sich allein dadurch trägt, dass die Wrestler sich hassen. Seth Rollins wäre in dem Fall unser Kandidat bei SmackDown. Der steht wieder Backstage. Es wird nochmal gezeigt, wie Rollins so eine halbe Stunde lang im Swing von Cesaro war. Er sagt im Interview, ich wollte Cesaro helfen, aber das bringt ja nichts hier. Ich kann den nicht bekehren. Ich gebe Cesaro auf. Schade um so viel verschenktes Potenzial. Und dann erfährt Seth Rollins, dass wir heute ein Rematch von letzter Woche bekommen. Sein vielleicht wieder neuer Schüler Murphy oder was auch immer dieser Murphy gerade vorhat, bekommt ein Rematch gegen Cesaro, nachdem er letzte Woche verloren hat. Rollins kommt dazu, setzt sich mit dem Stuhl auf die Ramp. Das Match selber war ganz okay, aber es war genau wie die ganze SmackDown-Folge kein überragendes oder überzeugendes Wrestling, was uns da geboten wurde. Cesaro ist dominant, stark. Murphy wandert in den Swing und bevor sich da was entwickeln kann und es weitergehen könnte, stürmt unser Seth Rollins in den Ring. Er zeigt gesunde Brutalität und ist offenbar doch nicht so ganz über das Thema Cesaro hinweg. Ja, jetzt haben wir so eine Midcard-Fede, ne? Weißt du, worüber ich nicht hinweg bin? Nee. Über diese fantastische Kleidung von Seth Rollins. Dieser schwarze Rollkragen und dann wirklich leicht dunkelgrüne Handschuhe und dann eine wirklich gewagte Farbabstufung von Oliv bis Kleeblattgrün. Er war eingekleidet wie ein Weltmeister. Wir zeichnen so was ja donnerstags immer aus. Auch hier muss ich sagen, das hätte auf jeden Fall eine Auszeichnung bekommen, wenn es am Donnerstag gelaufen wäre. Und das Match, also ich glaube, wenn man sich jetzt auch anschaut, das mit Murphy, dass er jetzt einfach wieder an der Seite zurück ist, ist ja auch totaler Quatsch. Da erinnere ich mich an eine Sache. Jetzt unter der Woche im YouTube-Community-Tab ging es darum auf dem News-Kanal, da ging es um Christian, A.W., was haltet ihr davon? Und dann hat jemand geschrieben, ja, scheiß A.W.-Fanboys überall, WWE voll geil. Guckt euch nur mal Fiend und Alexa an. Beste Story seit Jahren, gibt nichts zu meckern. Und dann hat jemand gefragt, und was sagst du dazu, dass das mit Murphy und Rollins ad absurdum geführt wird? Antwortet der andere, ja, so genau schaue ich die Shows jetzt auch nicht. Ja, nö, nö. Aber gut. Ja, man sucht sich immer was aus. Leute, wir ziehen uns das halt Woche für Woche, Minute für Minute rein. Ihr bekommt hier alles, ja? Ich lasse nichts aus. Zur Not gibt's Rapid Fire, ja? Boah. Das passiert sehr viel. Ist so. Ja, also deswegen, das Match selber, ja, wenigstens, wenigstens sah Rollins gut in dem Outfit aus. Ansonsten kann man glaube ich gar nicht so viel mehr sagen. Wir sind bei SmackDown viel zu seriös, um hier auf Outfits einzugehen, Tobi. Also das ist was hier bei A.W. abliefert, ne? Das ist ja Gossip hier. Das ist das bunte Niveau bei euch. Ja, aber SmackDown wäre mit bunte Niveau, glaube ich, schon katapultiert in neue Sphären. Ich fürchte auch. Aber du hast schon recht. Also Rollins hat halt Woche für Woche was Tolles an, ne? Ich weiß gar nicht. Ich hatte ja diesmal was drunter, der hat immer freien Oberkörper dann und dann irgendwie so eine Jackette oder so drüber, ne? Ja, also da macht er schon, also kann er auf den Donnerstag, ich glaube, der bewirbt sich für Donnerstag. Ich glaube, das ist eine Bewerbung, das ist ein Hilfestreiber, Marcel. Ja, auf Cessor Rollins bei A.W., ja, warum nicht, warum nicht? Schaut mal raus. Ja, aber wir müssen jetzt leider, leider bei SmackDown bleiben. Er vermöbelt unser aller Cesaro. Du wirst nie auf meinem Level sein. Es gibt einen Curbstorm, der reicht ihm nicht aus. Der zweite Curbstorm soll dann durch den Stuhl gehen, aber die Offiziellen können jedoch rechtzeitig eingreifen. Cesaro braucht dann zum Glück keine Trage, aber Cessor Rollins geht nach hinten und Backstage trifft er dann plötzlich auf Shinsuke Nakamura. Es gibt einen kurzen Stair-Down-Moment. Warum kam der eigentlich nicht raus? Ja, der hat seinen alten Kamraden leiden lassen. Der musste sich darauf konzentrieren, böse zu gucken. Genau. Murphy war dann auch komplett weg. Also der war dann echt, der wurde benutzt für dieses Segment. Der ist, ja, ist auch wieder weg. Welcome back. Ja, ich weiß auch nicht. Ja, und dann, ja, dann sind wir genau bei diesem Problem, was ich jetzt sehe in diesen Mid-Karten, also die Matches, die da jetzt schlummern. Cessor Rollins gegen Cesaro, gegen Nakamura, Nakamura gegen Cesaro. Das ist ein absoluter Traum. Das will ich sehen. Aber die Storys dahinter, ja, ich glaube, die wollen einfach diese Matches, die wollen uns die irgendwie zeigen, weil das klingt gut. Aber die Storys, die werden dann drumherum irgendwie rumgewurschtelt, wie es gerade passt. Hoffentlich glauben uns die Zuschauer, dass wir da jetzt irgendwie eine Feder haben und dann schauen wir uns das Match an. Ja, und wenn die Story nicht stimmt, du sagtest es bereits, dann kann das Match noch so gut sein. Es bleibt ein Match, ne? Ja, also ein Match lebt immer, auch gerade wenn wir jetzt von WrestleMania reden. Viele WrestleMania-Matches waren deswegen so groß, weil die Charaktere, die da drin sind, einfach auch eine große Geschichte haben, die eine große Geschichte gegeneinander haben, die als Person selbst eine große Geschichte haben. Und bei ein paar Einzelfällen trifft das ja bei WWE noch zu. Ich meine, ein Match, wo du jetzt Edge bei Mania reinschätzt, da ist ja genug Geschichte dahinter. Allein diese Sache mit zehn, elf Jahren nach seinem letzten Rumble-Sieg, wieder bei Mania, bla, bla, bla. Das sind Geschichten, ja? Kann WWE mal mehr, mal weniger dafür. Aber wie wenig Mühe man sich gibt, den Leuten irgendeinen Hintergrund zu verpassen, irgendeinen Stempel aufzudrücken, sondern jeder ist da irgendwie, weiß nicht, jeder wird da in das Korsett gezwängt. Wir reden dann auch gleich noch über die Frauen, über Bianca. Ich finde das so, es tut so weh zu sehen, wie da jeder in so einen einheitlichen, grauen Einheitsbrei eingetunkt wird und einfach das machen muss, was schon tausend Leute vor ihm gemacht haben. Ah, finde ich schade. Ja, den grauen Einheitsbrei bis jetzt in der Show, den kann ich ja noch durchaus, na ja, gut heißen nicht, aber ich kann es durchaus verstehen, war dabei und jetzt sprichst du die Frauen an, Tobi, und ich habe, ehrlich gesagt, keinen Bock über diese Frauen zu reden in dieser Show. Doch, Marcel. Ja, aber ich habe doch keinen Bock, muss ich? Du musst, ja. Hm, okay. Also, unser nächster Blog befasst sich mit der Frauendivision von SmackDown. Kann auch genauso gut die Frauendivision von Raw sein. Also, das Fazit ist da auch relativ ähnlich. Das ging heute Nacht damit los, dass Shayna Baszler und Maya Jax zusammen mit Reginald im Modekaufhaus shoppen gehen. Ja. Reginald bekommt so eine ... Da treib ich mich ja auch immer rum, Marcel. Ja, Seth Brodin ist doch auch. Ja. Habt ihr euch da mal getroffen. Natürlich. Ja, also Reginald bekommt eine Carte Blanche. Er darf sich aussuchen, was er will. Und es wird einfach diese komplette typische Shopping-Montage aus jedem einzelnen Teenie-Film, den ich je gesehen habe. Leider ohne ... Und Shayna ist der Mann, der überhaupt keinen Bock auf irgendwas hat. Genau. Shayna spielt den Mann am Smartphone. Herrlich. Es hat keine großartige Pointe leider gehabt. Nee, ein Anzug nach dem nächsten. Am Ende. Reginald setzt sich auf den Schoß von Naya Jax. Hat geflirtet. Ja, hat geflirtet am Ende. Auf den Allerwertesten ihr entgegengehalten. Da gab's einen Klaps. Also, die beiden scheinen ja auch eine gewaltige Anziehungskraft zu besitzen. Was in der Welt kann ich tun, um dich für das hier alles zu entlohnen, sagte Reginald. Ah, Leute. Und dann wunderschön, das fand ich wunderschön, wie wir dann wirklich zu den Kommentatoren zurückschalten und wirklich ... Stille. Und dann mein Michael Cole, wie dem auch sei, bei Fastlane treffen Naya Jax und Shayna auf Bianca und Sascha. Man ist selber beschämt bei WWE. Oh, also da war wirklich so dieses Käpt'n hier, PK-Faceball. Ach so. Ja. Ja, also nee, ich muss sagen, wenn ich das jetzt auch noch mal so durch den Kopf gehen lasse, ich nehm das grad so ein bisschen mit Galgenhumor. Ich muss sagen, ich mag Reginald, den find ich eigentlich ganz lustig. Ja. Aber ich seh das jetzt hier grad nicht mehr als Marktführer-Wrestling-Produkt, wenn ich's bewerte. Ich seh das grad hier als Belustigung für Menschen mit zu viel Langeweile. Wie uns beide zum Beispiel. Zum Beispiel. Wir haben einfach zu viel Langeweile. Wir gucken uns das an. Du guckst dir das sogar freiwillig an. Du bist ja gar nicht mal im Team hier. Ja, du bist nicht ... Ich werd wenigstens bezahlt dafür. Magst du eigentlich Mayo? So, wenn wir schon mal dabei sind. Ich mag Mayo, aber nicht in diesen perversen Kombinationen wie ihr. Wir nicht, Björn. Zieh mich da nicht mit rein. Ich bin Mayo und Björn ist Mayo. Ja, es war auf dem Papier immer noch die gleiche Wrestling-Show, in der die Ruthless-Aggression-Era ausgerufen wurde und in der Brock Lesnar die Hulkamania behindert hat vor langer, langer Zeit. Da haben wir jetzt dieses Shopping-Segment gesehen. Leider. Ja, das tat dann schon weh. Und das Ganze mündete dann in einer KO-Show. Kevin Owens ist wieder zurück. Der muss sich ja jetzt echt wieder mühsam wieder aufrichten, nachdem er jetzt so verprügelt wurde. Weißt du noch, wie Leute uns dann widersprochen haben, als wir gesagt haben, ja, jetzt hört doch mal auf, die Story mit Reigns und Owens zu haten, wo wir wirklich die ganze Zeit gesagt haben. An sich ist das nicht verkehrt, wie man Owens auch darstellt, weil er kann ja davon profitieren. Es ist aber bei WWE egal, weil er danach einfach untergehen wird. Und jetzt ist er der Hype-Man für Banks und Bel-Air und hat selber nichts anderes zu tun, hat nichts mehr von dem Momentum, was er in den Matches gegen Reigns hat, sondern steht eigentlich jetzt als jemand da, der viel zu viele Titelchancen trotz viel zu vieler Niederlagen bekommen hat. Und deswegen kriegt er jetzt noch nichts mehr. Hätte er gegen Roman Reigns ein Gürtel geholt, wo der da festgekettet war, dann hätten wir jetzt vier Leute in der Main-Event-Szene mit vier verschiedenen Kombinationen. Ja. Haben sie nicht gemacht. Und jetzt ist Kevin Owens halt der Jerry Springer. Wir haben diese Kevin Owens schon mit Sascha Banks und Bianca Bel-Air. Ja, ja, es sind die kleinen Dinge. Mir gefallen hat, dass er eine blaue Krawatte über dem T-Shirt anhat und dass er von seiner Moderationskarten hat und da dann die Namen seiner Gäste vorliest. Das kann ich ja durchaus mitfühlen, dass man hier durchaus Unterstützung von seinen schriftlichen Notizen braucht. Da bin ich der Erste, der dabei ist. Ja, Kevin Owens begrüßt dann die beiden. Und er sagt dann kurz, wie sehr ihm die Pyro von Sascha Banks gefällt. Da haben wir dann nochmal so den letzten oder den nächsten Schlag in Richtung dein AEW. Dann sitzen die drei im Ring auf den Bürostuhlen. War genau die gleiche Bürostühle, die Roman Reigns auch beim Cage-Match hatte, wo er saß. Hat nichts gesagt. Hielt die Füße still, dass die seinen Stuhl da jetzt geklaut haben. Und Kevin Owens beginnt durchaus sachlich und seriös und denkt, es kann vielleicht noch irgendwas werden in diesem Moment. Er sagt, dass John Cena und Shawn Michaels bei WrestleMania 23 auch als Tag-Team-Champions in ihr Main-Event gegangen sind. Das hat schon mal funktioniert. Zwei der ganz großen, vielleicht macht ihr das jetzt genauso, aber leider, leider habt ihr ja eure erste Chance bei Elimination-Champions schon vergeigt. Sehe ich da jetzt irgendwelche Spannung bei euch? Und das war dann das Ende des journalistischen Anspruchs eines Kevin Owens. Denn jetzt, es war Jerry Springer. Es war so Cat-Fight-Frauen-Rät. Also es war ein Rückfall in alte Zeiten, würde ich fast sagen. Sascha Banks sagt, ich kann doch hier nichts dafür. Ich kann nichts dafür, dass ich so gut aussehe und der Reggie geil auf mich ist. Bianca geht da sogar noch mal drauf ein. Und anstatt mal diesen blöden Regenet rauszunehmen, warum ist der immer noch in dieser Geschichte dabei? Der ist doch jetzt auch mit Nia Jax glücklich, haben wir doch gelernt. Könnte man noch sagen, die gehen jetzt in den Sonnenuntergang raus. Nein, machen sie nicht. Dann sieht sich Sascha Banks auf einmal als Michael Jordan der Frauendivision. Und Bianca kann ja irgendwann mal der Liv Roman James werden. Das habe ich dann nicht verstanden, weil das ist ja auch ein guter, keine Ahnung. Tobi, muss ich das jetzt echt weiter durchgehen? Ich glaube, Regenet hat damals auch wahrscheinlich in der Oberstufe den Preis als Lieblingsschwiegersohn von allen bekommen. Der ist ja wirklich, da wird sich ja so drum gestritten und alle wollen ihn haben. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was es aussagt, wenn er in dieser großen Mania-Fede von eigentlich Bel Air und Banks so jetzt noch so vier Wochen vorher mit einer der Fokuspunkte ist. Wenn er gleichzeitig noch mit Nia Jax rum, wie formuliere ich es denn? Schnachselt. Rumschnachselt. Genau wie ich es vorhin schon gesagt habe, Bianca Bel Air, wer sie auch bei NXT gesehen hat, diese Frau, es tut mir als Fan wirklich so weh. Die kann sich da allein hinstellen, eine Show abziehen und einfach, wie sagt man es heutzutage so schön, slayen. Die hat so viel natürliches Charisma. Stattdessen sitzt sie da und sie muss alles runterrattern, was schon 1.000 Menschen in dieser Company vor ihr gesagt haben. Deswegen bringt es auch nichts frisches Personal in die Hauptkarte zu stecken, weil sie einfach die Zeilen nachsprechen müssen, die eben vorher schon von ganz vielen anderen Menschen runtergerattert worden sind. Und es ist halt nichts Neues. Jetzt hast du dann dieses komische Tag-Team-Titelmatch beim Pay-Per-View, was auch irgendwie nur Überbrückungsquatsch ist. Und dann kommen wir ja auch gleich noch zu einem Match. Und dann entscheidet man sich ja ganz schlau noch dazu, dass Bianca Bel Air, was machen wir mit der denn vier Wochen vor Mania, mit der Challengerin, mit der Rumble-Gewinnerin. Wie wär's mal, wenn du den Pin von Termina einstecken musst? Oh ja. Insofern sehr viele Dinge, die mich hier insgesamt, ja, die einen irgendwie auch so entrüsten. Ich kann mich da gar nicht mehr richtig drüber aufregen. Es ist einfach nur so ein ... Die machen halt eh, was sie wollen. Gerade wenn jetzt keine Fans da sind. Das ist denen halt einfach egal. Ja. Tobi, wir wissen jetzt mittlerweile, dass ich ja den Wahnsinn auch liebe und dass ich ja auch für so Scheiße einfach dabei bin. Wenn die richtig cringy ist, dann find ich das auch geil. Aber das hier, das ärgert mich. Es ärgert mich, weil man kann doch den Reginald da rausnehmen. Das war doch jetzt du ich. Der neuer Jax geht jetzt mit dem und macht irgendwas anderes. Das sind dann andere Segmente. Aber wie du schon sagst, wir haben hier die Royal Rumble-Siegerin, die so stark war und so toll dasteht. Und Sasha Banks, die ja auch top geleistet hat. Das trägt sich doch von alleine. Die sollen das doch machen wie Edge und Roman Reigns. Das würde doch wunderbar klappen. Warum müssen die sich in einer Talkshow mit Reginald auseinandersetzen? Ich hab mir echt vor den Kopf gefasst, ne? Das ging dann hin und her und nochmal. Und dann, das ist so Girls Talk mäßig einfach dann auch. So unterste Schublade. Das hat mich komplett leider nicht abgeholt. Die beiden haben überhaupt keine Stärke ausgestrahlt. Ja, wir nehmen's vorweg. Tamina tippinnt am Ende. Bianca will eher. Ne, also so baue ich doch kein Main Event. Oder kein Main Event-Kaliber-Match von WrestleMania auf. Das fühlt sich auch nicht groß an, leider gerade im Moment. Und auch, also im Moment tut man nichts dafür, dass dieser Titelgewinn von Bel-Air richtig krass wirken würde. Und dafür müsste man jetzt eigentlich alles tun. Ich will als Zuschauer jetzt wissen, wie ist die Geschichte von Bel-Air? Es ist ja das mit Abstand größte Match ihrer Karriere. Dann kannst du jetzt auch noch drauf eingehen, dass sie, ja, diese riesige Chance bekommt, dass sie das Privileg hat, in dieser Pandemie auch vor Fans aufzutreten dann bei WrestleMania. Dass es so groß sein kann. Und es ist doch nicht, es ist doch nicht schwer, das zu erzählen. Wie bei Rhea Ripley letztes Jahr. Wie bei Rhea Ripley. Es ist, Wrestling-Storylines sind kein Hexenwerk. Wirklich nicht. Ja, und anstatt das zu machen, geht man dann weiter. Und Nia Jax kommt sogar noch raus mit Reginald. Und es geht dann nur noch darum, dass Reginald jetzt was Hellgraues gefunden hat, was er sich gekauft hat. Shayna Baszler ist auch dabei. Also, da ging's dann nur noch um die beiden. Und dann kam's eben ... Ich dachte, okay, jetzt geht das da weiter. Jetzt diskutieren die dann mit Nia Jax noch. Nee, macht man nicht. Was kommt als Nächstes? Natalya und Tamina kommen raus für irgendein Match. Wir machen jetzt ein Match Natalya und Tamina gegen Banks und Bel-Air. Dann wird ja überhaupt nicht mehr darauf eingegangen. Unsere beiden Top-Frauen-Attraktionen von SmackDown werden einfach abgewürgt. Die dürfen sich nicht mal mehr zu Ende streiten. Wir machen jetzt einfach mal komplett dieses Match. Ja, das sollen die mal mit Edge und Roman Reigns machen. Dass die sich dann streiten, wen die Street-Profits lieber mögen. Und mitten im Satz fangen wir dann an, gegen Otis zu kämpfen. Ja, das sollen die mal mit den Männern machen. Ah, nee, jetzt muss ich auch schon renten. So weit kommt das schon. Aber ich bin nicht geworfen. Ich möchte das sagen. Ich breche nicht. Ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe. Du musst auch standhaft bleiben, Marcel. Also wir brauchen irgendjemanden, der hier wirklich noch die Fahne hochhalten kann. Das wäre mir ein Anliegen. Ich kann, also falls du jetzt noch darauf wartest, dass ich jetzt noch irgendwas ergänze. Also ich bin leer, Marcel. Conor Grace hat sogar nachgefragt, was zwischen Nex, Ejax und Reginald passiert. Ja, also wenn man nicht mal weiter weiß im Leben, dann ... Und dann hüpft Reginald auf den Tisch rum. Der hüpft dann rum und dann hüpft Sascha Banks, unsere Champion, auch auf den Tisch rum. Und im Ring passiert dann irgendwas und auf einmal gewinnt Tamina. Und pinnt Bianca Belair vor allem. Ja, regen die sich die beiden noch mal hinterher auf. Banks nennt Belair einen Rookie. Und dann wollen die ja auch noch Tag-Team-Champions werden bei Fastlane. Das kommt ja auch noch dazwischen. Und Natalya und Tamina aber auch. Nee, nee. Naya Jax ist die glücklichste Frau im WWE-Universum. Schließen wir das doch mit einer positiven Note. Und, und, weil Reginald die Idee hat, bekommt Naya Jax sogar noch ein Tag-Team-Match später in der Nacht. Ja, wir sehen noch einen Wechsel-Einspieler. Naya Jax gegen Sascha Banks nächste Woche um den Foul-Titel. Ein Titel-Match. Weil Reginald das so vorgeschlagen hat. Und dann hat jemand auch gesagt, wow, Reginald hat eine gute Idee gehabt. Das muss man ja wirklich sagen. Ja, dann könnte ich mich ja jetzt auch irgendwie als R-Truth hinstellen und sagen, also jetzt schon Bock auf die Universal-Tile-Match bei Mania. Ja, ich bin halt auch, ich bin einfach schlau. So Corey Graves. Und keine Minute später war dann auch die Match-Grafik da. Naja, weil bei Naya gegen Sascha schalten wir auch alle ein. Also das ist ja, also wer das nicht sehen möchte ... Schaut euch das an. Schaut euch das an. Ist so. Einigen wir uns darauf, dass die Frauendivision auch tot ist. Leider sind wir beim IC-Geschehen. Da haben wir ja bei Raw den US-Champion-Riddle. Da haben sie jetzt auch irgendwie den Kurs eingeschlagen. Wir verzichten mal auf Seriosität. Wir machen mal so ein Riddle als Champion. Ähm, naja. Ja, aber ich finde jetzt die Midcard bei Smackdown in Ordnung mit Big E. Der hatte nämlich sein, sein Comeback, nachdem er in der Verletzungspause war, als Apollo Crews ihn mit der Ringtreppe ordentlich verpeerlt hat. Meine Singles-Promo von einem Midcard-Champion, das gab's auch lange nicht mehr. Also tatsächlich, finde ich mal gut. Ja, guck, siehst du wieder was Neues, ne? Ja, Big E steht im Regen. Ich hatte in der medizinischen Anstalt genug Zeit, nachzudenken. Es gibt keine Entschuldigung für dich, für dich, Apollo Crews. Jetzt heißt es Auge um Auge, Butio um Butio und Einhorn um Einhorn. Wir müssen nicht lange warten. Lass doch mal direkt heute kämpfen. Hier ist deine Chance. Und wir haben letzte Woche Apollo Crews gehört, der uns gesagt hat, ich kann das nicht mehr abwarten. Nächste Woche kommt Big E, nächste Woche kommt Big E und dann will ich mal ein Rematch haben. Ich will mir diesen Titel holen. Und der steht Big E im Ring und macht eine offene IC-Title-Challenge. Aber Apollo Crews kommt nicht raus. Nee, der kommt nicht raus. Big E ist durchaus wütend, lässt sich das aber nicht anmerken. Und dann wird aus dem Ganzen dann eine Open Challenge. Tobi, was sagst du zu unserem nigerianischen Stammesprinzen-Häuptling? Also Apollo, Motto lebenslang grün-weiß, freut mich als Werder-Fan. Werder-Fan wäre zumindest näher am Zeitgeist als so ein National-Gimmick. Ich meine, für ihn ist es eine Richtung. Es ist halt, keine Ahnung, das erinnert mich irgendwie voll an irgendwie WWF 96. Da sehe ich mich gerade in irgendeiner alten Raw-Ausgabe damals. Wie man, keine Ahnung, mit Sabio Vega und so weiter. Daran denke ich, wenn ich das hier sehe. Er hat sich extra Akzent angeeignet. Ja, hat er jetzt gelernt. Nee, keine Ahnung. Ich finde, das ist so ein bisschen, das hat sich halt nicht angedeutet. Das ist ein bisschen unorganisch. Und ich finde, das, also das Gimmick selber kann man von halten, was man will. Ich bin eigentlich der Meinung, sowas bräuchte es gar nicht. Es gibt doch viel originellere Ideen, als halt jetzt wirklich wieder in diese kompletten Stereotypen zu gehen. Andererseits, Wrestling ist platt, Wrestling ist oberflächlich, Wrestling ist mit Stereotypen spielen. Insofern, ja, also ich muss sagen, ich reg mich da jetzt nicht drüber auf oder so. Aber ich denke mir, es wäre jetzt eigentlich gar nicht so schwer, da bessere Gimmicks zu finden, als da halt irgendwie, ich bin jetzt der nigerianische Stammesführer. Naja, geben wir jemanden eine Chance. Bis jetzt war sein Gimmick jetzt so lachen und langweilig zu sein. Also insofern ist das schon ein kleiner Fortschritt. Und mir hat auf alle Fälle gefallen, dass Big E so hyper wütend war und aggressiv war auch in seinen Promos. Also am Anfang hüpfte er ein bisschen raus wieder und macht seine Späße. Aber als er dann im Ring seine Promo hält, da war, da war Intensität dabei. Das hat mir gefallen. Generell fand ich auch dieses Segment, was dann jetzt noch folgt, ganz in Ordnung. Also das war für das, was Spector heute geboten hat, war das noch mit das Beste. Denn diese Open Challenge wird von King Corbin angenommen, der aber leider nur seinen schweineteuren Anzug hat. King Corbin ist ja jetzt neuerdings von Bonze geworden. Sami Zayn, sein Tag-Team-Partner oder sein erhoffter Tag-Team-Partner, nutzt dann die Chance und will dann ihm vorbeisprinten. Weil solange Corbin noch einen erzählt, nimmt er die Challenge lieber selber an. Big E löst das Ganze dann, indem er sagt, wer zuerst im Ring ist, der bekommt die große Ehre. Und es ist dann Sami Zayn, der noch vor Corbin da ist, bekommt dann direkt einen Belly-to-Belly ab. Wir bekommen das Match Big E gegen Sami Zayn. Es ist ein IC-Title-Match. Big E ist hyperfokussiert. Also der ist jetzt echt voll dabei als Champion. Der hat wirklich diesen Schalter, den er umlegen kann zwischen Blödsinn, New Day-Blödsinn und IC Big E. Das gefällt mir. Das erinnert mich immer noch an den Macho Man, der das auch ähnlich gemacht hat, dass der immer irgendwas Blödes gesagt hat. Und dann aber, bam, und jetzt gib ihm. Ich fand aber auch, dass Sami Zayn in diesem Match auch ebenfalls fokussiert dabei war. Der wollte nicht nur sein Gürtel zurückhaben, sondern der wollte es diesmal dann wirklich auch allen zeigen. Der war ernster drauf als sonst, ohne Spielereien. Er hält gut dagegen. Es werden acht Minuten am Ende. Da hätte man auch ein bisschen mehr geben können. Es gab sogar einen Nearfall von Sami Zayn zwischendurch. Der Fokus in dieser Show lag zu wenig auf gutem Wrestling, als das hier mehr drin gewesen wäre. Es war nicht die Woche des guten Wrestlings. Ne, acht Minuten, kurzer Prozess dann am Ende. Big E verteidigt natürlich. Und dann erscheint, keine drei Sekunden später, Apple Groups dann doch noch zur Arbeit. Seine Musik spielt. Der kommt aber nicht die Ramp runter. Und Big E ist ein schlauer Face. Der versteht das sogar und ist clever und guckt sich in die andere Richtung um. Also der schaut nach rechts unten von der Kamera aus und denkt, ja, der greift jetzt von hinten an. Aber Apollo ist nochmal eine Stufe cleverer und startet dann von oben rechts und kommt dann trotzdem von hinten und kann Big E überrennen. Und das hat mir dann auch sehr gut gefallen. Es gibt wieder ein Beatdown. Zwei Olympic Slams des Nigerianers. Den Schaufels Speer, den hat er zu Hause gelassen, dieses stumpfe Ding. Dann gibt es aber nochmal die Ringtreppe, die Big E jetzt noch besser kennengelernt hat, als es lief sein kann. Und am Ende steht Apollo Crews auf dieser Treppe und triumphiert. Und das sah dann, Tobi, am Ende doch ganz imposant aus. Also ich will das Match jetzt irgendwie schon nochmal sehen. Auf jeden Fall so mit einer der besseren Entwicklungen bei dieser Show, finde ich, hier leistet man Aufbau. Ich hoffe, das zieht man jetzt dann noch bis Mania, weil das wäre dann ein halbwegs solides Midcard-Titelprogramm. Da muss dann eigentlich aber Big E bei WrestleMania gewinnen. Eigentlich will ich bei WrestleMania nur Faceziege sehen. Das erste Mal seit einem Jahr sind Fans da. Da kannst du eigentlich keinen hier gewinnen lassen, finde ich. Aber mal gucken, was man sich da ausdenkt. Ich denke, hier gibt es jetzt auf jeden Fall die Chance, das noch ein bisschen zu ziehen. Ich hoffe, wir sehen das nicht direkt bei Fastlane, sondern erzählen hier mal noch ein bisschen, bevor wir direkt wieder ein Match raushauen. Befürchte aber, dass das noch bei Fastlane kommen könnte. Aber ansonsten bin ich mit dem, was man hier macht, ganz zufrieden. Und immerhin hat jetzt auch Apollo Crews dann mal eine Richtung und hat einfach mal einen neuen Anstrich. Vielleicht kriegt man irgendwann auch noch die Verbindung hin, dass er mal damals bei Reigns im Raum saß, dass vielleicht das auch so einen Schalter umgelegt hat bei ihm, dass ihn das jetzt auch zu diesem Mann gemacht hat. Und ich finde, da hat man auf jeden Fall noch einiges zu erzählen. Man kann vor allem auch die Ursprüngle oder die Wurzeln von Big E noch thematisieren. Dass man ihn ja noch mehr als Einzelwrestler zeigt. Und ich weiß ja nicht, was er dazu erzählt hat, keine Ahnung. Aber irgendwas wird ihm dann schon einfallen. Und wenn es nicht auf die Rassistenschiene geht oder auf die Afrikaschiene, dann bestimmt irgendein Kindheitsereignis oder so. Weil Big E ja auch so geworden ist, wie er geworden ist. Er hatte doch auch seine Loku gehabt jetzt auf dem Network. Da ist bestimmt auch irgendwas Spannendes dabei. Sehr sehenswert tatsächlich, habe ich gesehen. Ja, also wenn man das so dann weitererzählt, also ich würde Apollo Crews eine Chance geben. Auch wenn es erstmal sehr merkwürdig ist, so einen nigerianischen Stammesprinzen da irgendwie. So, und dann sind wir im Main-Event. Und das Main-Event wurde auch bestritten von unseren Main-Eventern. Das ist dann unser letzter Division-Check vor WrestleMania. Da würde ich ja sagen, Tobi, dass die Main-Titles bei allen drei Brands aktuell sehr, sehr hoch dabei sind. Und dass ich mich auf alle drei Matches, die da kommen mögen, freuen würde, oder nicht? Wie gesagt, bei Edge und Reigns hat man auch noch nicht alles erzählt, was man erzählen kann. Dann bei Raw drüben mit McIntyre und Lashley, wo es wahrscheinlich hinauslaufen wird, erzählt man halt die simple Story jetzt wahrscheinlich, dass McIntyre dann den Titel bei Mania for Fans gewinnt und den Moment kriegt, den er letztes Jahr kriegen sollte. Auch wenn das so ein bisschen, ja, wirkt jetzt so, als hätte sich vor drei Wochen oder vor zwei Wochen jemand gedacht, huch, schon wieder WrestleMania. Und was NXT angeht, da ist halt, ja, da hat man jetzt ein bisschen Hotshotting betrieben. Da wird es halt jetzt in Richtung Balor gegen Kross rauslaufen, wo ich sagen muss, dass Karrion Kross ist jetzt nicht so mein Favorit. Deswegen, da hält sich meine Freude so ein bisschen eng. Sollten die das auf die WrestleMania-Card packen oder ein Take-Over-Match auf die WrestleMania-Card in deinen Augen? Ja, ich finde, ein NXT-Match darf da landen. Das Ding ist aber, dass ich nicht glaube, dass das passiert, aus dem Grund, dass es vor Mania ein zweitägiges Take-Over gibt. Und ich weiß nicht, ob man dann noch mal eben was aus dem Ärmel schütteln muss, um zu sagen, und das jetzt noch bei Mania. Deswegen, also diese, generell, diese Mania-Woche, die wird unseren Kanal hier auch, also ihr werdet euch nicht mehr retten können vor Podcast. Wie sieht die Mania-Woche aus? Montag auf Dienstag ist Raw. Dienstag auf Mittwoch ist die Hall of Fame. Mittwoch auf Donnerstag AEW und NXT-Take-Over Tag 1. Donnerstag Take-Over Tag 2. Freitagabend auf Samstag SmackDown. Samstag, Sonntag WrestleMania. Dazu noch eine WrestleMania-Preview. Junge, was wollt ihr eigentlich von uns? Chillt mal. Ja, da explodiert der Kopf. Das wird ganz, ganz übel. Da gibt's keinen Schlaf für keinen von uns. Ich glaube, wir müssen uns irgendwie verbreitern, Marcel. Ja, wir brauchen einfach mehr Stunden am Tag, um das alles zu schauen, ey. Es wird der Wahnsinn. Es wird der Wahnsinn. Schaufel schon mal frei. Schaufel diese Woche schon mal frei. Auf alle Fälle. Komplett frei nehmen die Woche. Kein Schlaf, nichts, nur Kaffee. Kaffee, Mate und dann let's go. Mio Mio Mate trinke ich übrigens nach diesem Podcast. Während das Podcast wäre nicht so professionell, weil dann müsste ich etwas aufstoßen. Aber nach dem Podcast werde ich Mio Mio Mate trinke. Das ist keine Produktplatzierung übrigens. Ich trinke das wirklich sehr gerne. Seitendem an dem Jörn war das, ne? Ja, 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 ja. Ich merke das schon irgendwie. Und mit dem Code SPOTFIGHT15. SPOTFIGHTMATE. Tobi, wir machen jetzt mal ganz was Wildes. Wir machen jetzt mal das Main Event oder das Ende von SmackDown, um das hier zu beenden. Dafür wollen die Leute uns ja hören. Contract Signing Time war nämlich noch am Ende. Das ist wievielte in diesem Jahr? Ja, 27. allein diese Woche. Für Matches, wo wir noch nicht genug Aufbau haben, muss immer noch ein Contract Signing her. Wobei, die Story ging schon vorher in der Nacht los. Jey Uso und Traff wechselt auf Paul Heyman vor der Tür von Tribal Chief und Paul Heyman lässt ihn einfach nicht rein. Roman Reigns, der ist jetzt beschäftigt mit dir. Letzte Woche hatten wir ja gesehen, wie Jey Uso austappen musste gegen Daniel Bryan. Offensichtlich ist Roman Reigns da noch so ein bisschen sehr sauer. Ja, das wurde dann hinterher gar nicht mehr eingegangen darauf. Jey Uso trifft doch noch mal auf Edge. Ja, hör mal, Jey. Ich kenne deine Familie jetzt schon so lange. Als du zehn warst, da haben wir schon hier Backstage rumgespielt. Was machst du hier bloß? Was ist mit dir los? Du ordnest dich hier so einem Mann unter. Du läufst hier mit niedrigen Schultern umher. Und Jey, der verteidigt noch seinen Tribal Chief. Der droht damit, dass Edge sich doch mal besser um seine eigene Familie kümmern soll, wenn Roman Reigns ihn fertig macht. Aber Jey hat so leichte Nuancen dabei, dass er vielleicht doch nachdenkt, nicht mehr zu diesem Stamm zu gehören oder wie er rauskommt. Da bin ich ja mal gespannt, wie das weitergeht, wenn Jimmy irgendwann wieder kommt. Pass auf, ich sag dir, heißer Tipp, ich glaube, Jey Uso wird einer der Ersten sein, die, wenn Fans wieder da sind, richtig Momentum aufnehmen, der auch richtig gut als Faceover gehen könnte. Denn ich finde, Jey Uso hat einfach so ein natürliches, authentisches Charisma. Ich finde, das ist ein Typ, dem kauft man alles ab. Der wirkt ehrlich, der wirkt cool, der wirkt real. Und das ist, glaube ich, ein Kandidat, der mit Fans dann wieder viel Jubel abbekommen könnte. Und dann hoffe ich, dass er, ja, dass es ihn, dass WWE ihn dafür auch belohnt. Das ist jetzt vor allem auch perfekt, um Jimmy und Jey auseinanderzuhalten als Zuschauer, dass das zwei einzelne Charaktere sind. Wenn man Jimmy jetzt noch mit einer anderen Facette da reinbringt, dann kann man das echt schaffen, dass man die Usos, obwohl sie quasi gleich aussehen für die normalen Zuschauer, dass man die beiden dann doch, genau wie die Bellas, da haben sie es ja irgendwann auch mal gemacht, auf einem ganz anderen Niveau. Aber die konnte man nicht auseinanderhalten. Aber lecken wir nicht länger ab. Wir hatten Kontext-Zeining und es war ein knackiges, kurzes Segment. Da würde ich jetzt wieder sagen, SmackDown, so liebe ich dich. Jey Uso ist mit dabei, es wird nichts mehr gesagt. Direkt Liebe, Marcel. Liebe, natürlich. Ich liebe Wrestling. Ich liebe SmackDown, aber ich mag nicht alles. Das gehört ja auch nur zu der Beziehung dazu. Man muss ja nicht immer alles gut finden. Das stimmt. Aber das habe ich jetzt wieder geliebt, weil es auch nicht so lange ist. Weil es nicht so lange gewesen ist. Normalerweise, wenn die da reden, 20 Minuten dann nochmal, nee. Aber das ging jetzt flott durch. Daniel Bryan kommt zum Ring. Adam Pearce macht diesmal den offiziellen Part. Das war ganz kurz, nachdem dieses Frauen-Match bekannt gegeben wurde. Also so eine Minute danach. Das heißt, Sonja Deville hat das Woman-Match unterzeichnet. Ob da nochmal was drauf kommt, ich weiß es nicht. Ich habe aber aufgepasst. Reigns will vor Kopf sitzen. Auch das ist wieder wunderbar. Ja, hör mal, Brian, du hast alles gemacht, was du tun musstest. Aber heute fühle ich das irgendwie nicht. Nee, ich unterschreibe den Vertrag. Und ich meine ihn nicht. Nö, nö. Brian hatte aber gute Argumente dagegen. Der legt vor, unterschreibt selber. Und dann beschuldigt er den Head of the Table, sich nicht an sein Wort zu halten. Und da ist ja Roman Reigns durchaus anfällig gegen. Er sagt, Daniel Bryan sagt, ich habe mich bewiesen. Ich habe es geschafft. Ich habe etwas geschafft, was du nie konntest. Ich habe J. Uso zur Aufgabe gezwungen. Ja, das war in your face. Das war eine schöne Anfeindung. Ich sollte eigentlich hier der Head of the Table sein, sagt Daniel Bryan. Und damit hat er ihn. Damit hat er Roman Reigns. Roman Reigns unterschreibt. Das Match ist jetzt fix. Wer da noch bezweifelt hat, dass es das dann wirklich gibt bei Fastlane. Und dann sagt Bryan, hör mal, als nächstes werde ich dann dich zur Aufgabe bringen. Und dann war vorbei. Dann war Contract Signing, wie es immer ist, Tobi, oder? Ich muss aber trotzdem sagen, dass mir die Art und Weise, wie Bryan hier argumentiert hat, auch wie er es geschafft hat, Reigns zu triggern, das hat mir gefallen. Das habe ich gekauft. Und ich finde generell auch, so sehr mir die Contract Signings aus dem Ohr raushängen, Reigns als Charakter ist da irgendwie immer so eine coole Komponente drin. Und die Art und Weise, wie die anderen mit ihm interagieren, ich finde, das sind eigentlich dann doch immer ganz spannende Konstellationen. Auch wenn ich an das mit McIntyre denke, vor der Survivor Series war es, glaube ich, wo man da auch gar keine Mikros hatte, sondern nur dieses leigende Gespräch. Und hier, das ist wieder eine komplett andere Dynamik. Und hier wird Reigns dann tatsächlich getriggert. Wie sehr das jetzt zum Charakter passt, dass er so schnell nachgibt, das gut, kann man sich drüber unterhalten. Aber ansonsten finde ich, Bryan hat dann jetzt hier gut ausgesehen. Ich habe mich dann gefragt, Jan, was wollt ihr nächste Woche machen? Aber, weißt du, da hat man uns ja dann noch was erzählt. Jey Uso muss sich ja jetzt wieder sein Standing erarbeiten. Er muss ja jetzt wieder den großen Macker machen. Der wirft den Tisch weg und schreit Daniel Bryan an, dieses Match braucht mich als Special Enforcer, damit alles mit rechten Dingen zugeht. Und dann kommt unser aller Edge nochmal raus und sieht das anders. Nö, nö, wir machen das jetzt so. Nächste Woche Edge gegen Jey, du gegen mich. Und wenn ich gewinne, dann mache ich den Special Enforcer. Und Adam Pearce ist voll happy, der macht das dann offiziell. Und dann gibt es noch den Brawl, den es immer gibt bei einem Context-Time, den die Guten gegen die Bösen. Gar nicht so lange, gar nicht so lange, 20, 30 Sekunden, keine Ahnung. Und dann war Ende, ja. Dann war noch nicht Ende, Tobi, denn Edge durchst Bryan weg. Und dann, als beide auf Reigns einschlagen, kommt noch der große Moment. Bryan verpasst Edge zum Abschluss ein Running Knee in die Fresse herein. Oh, oh. Und jetzt ist spätestens klar, dass Bryan früher oder später, in egal welcher Form auch immer, auf Edge treffen wird. Ich bin dafür, dass das nach Mania passiert, weil Edge den Titel gewinnt, indem er Bryan pinnt. Irgendwie so. Ja. Finde ich, finde ich, kann man das machen. Edge dann gerne als Bösewicht. Doch, das hat mir gefallen. Das Ende von SmackDown hat mir gefallen. Es ist halt für nächste Woche jetzt dann die Frage, was passiert. Äh, egal was passiert, wir können davon ausgehen, dass es bei Fastlane irgendein Gemenge rund um den Ring gibt, sodass Daniel Bryan dann knapp nicht den Titel gewinnen wird. Irgendwie wird man es in diese Richtung erzählen. Und, ähm, ja, dann bin ich mal gespannt, wie Edge sich nächste Woche im Ring schlagen wird. Ein Edge-Match bei SmackDown, das gab's auch ein paar Jahre nicht mehr. Und insofern hat man da jetzt für nächste Woche nochmal so eine kleine Überbrückung. Und dann ist das als Übergangsfäde auf dem Weg zu WrestleMania, die sich jetzt langsam beginnt hochzuschaukeln, ist das schon ordentlich. Und dann schauen wir halt mal wirklich, ob Bryan wirklich noch in diesen Mania-Main-Event zustoßen wird. Ja, ich finde auch, beides geht. Beides geht. Einzel-Match-Rains gegen, ähm, Edge. Und dann irgendwann gegen Bryan. Edge dann. Oder eben Take-Di-Match sofort. Äh, Dreyfus-Thread-Match sofort. Finde ich beides okay. Solange das andere Match dann, äh, auch. Also, man kann ja mit Raw dann spielen. Also, Raw könnte ja auch Drew McIntyre, Sheamus und Bobby Lashley kriegen. Oder eben nur Drew McIntyre gegen Bobby Lashley. Da würde ich dann halt eins Triple Thread machen und eins Single-Match. Ja, wunderbar. Dann sind wir durch. Äh, das Ende hat uns dann doch beide dann doch, äh, wieder gefallen. Das hat Spaß gemacht. Ich werde mir nächste Woche das Match anschauen. Ich werde euch darüber berichten. Stimmt gerne ab auf spotfight.de, was ihr heute von dieser Show haltet. Das war ja eine, ja, es war eine Show eigentlich zum Vergessen. Aber am Ende hatten wir dann doch noch positive Worte irgendwie. Tobi, dein Fazit gleich nochmal kurz. Jetzt, ich würde sagen, für mich war das so ein, ja, das war genau wie bei Raw schon. So eine Show des Verwaltens, ne? Es war ein Verwalten auf einem leicht höheren Niveau als bei Raw, aber auch nicht wirklich viel höher. Ähm, vor der Evalidation-Schemme haben wir uns hier noch beschwert, dass man nur zwei Wochen für den Aufbau hatte. Und jetzt sieht's für mich fast so aus, als hätten wir jetzt zwei Wochen zu viel für die Road to Fastlane irgendwie, ne? Also, jetzt müssen wir noch die Zeit füllen. Ähm, nüchtern betrachtet hatten wir vier Matches mit insgesamt 25 Minuten Matchzeit. Das ist dann ein bisschen wenig, es ist nicht viel hängen geblieben. Und wir hatten dieses Frauendesaster, was wirklich viel runtergezogen hat. Das hat man uns, glaub ich, auch angemerkt. Tobi, wie siehst du diese Show? Im Ring ging bei SmackDown nicht wirklich viel, was man sich angucken muss. Schlecht war aber auch nicht alles. Ähm, ernst nehmen muss man jetzt auch nicht alles, sonst wird man, glaub ich, totunglück. Da sind wir drüber hinweg. Da sind wir drüber hinweg. Das, was mit Reigns passiert, mit Edge und mit Bryan, das hat ein gewisses Momentum. Intercontinental-Titel ist auch okay. Der Rest dann leider lahm bis langweilig und noch, ja, ziemlich uninspiriert. Ähm, aber da, würd ich sagen, seid ihr sehr gut beraten, wenn ihr diesen Podcast hier hört. Diese zwei Stunden SmackDown müsst ihr euch nicht komplett angeschaut haben. Ähm, und wir sind, denk ich, für euch ein ganz guter Anlaufpartner, eine ganz gute Anlaufstelle. Hier erfahrt ihr nämlich alles, was relevant ist und was nicht. Und in dieser Woche genügt es total, diesen Podcast gehört zu haben. Ja, gut, dass man das hinterher dann erfährt. Dann läuft bei uns. Ja, super. Also, das hat mich doch gefreut heute mal wieder mit dir, Tobi. Äh, danke. Ja, der Björn ist... Mich auch. Danke. Der Björn ist am Dienstag wieder zurück. Da fährt er mal nicht durch die Gegend. Äh, schauen wir mal, wie das dann die nächsten Wochen weitergeht. Aber jetzt sind wir am Ende. Und ich würd sagen, du machst jetzt einfach mal diesen ganzen Patreon-Kram und Klicks und Daumen hoch und so alles. Ich mein, ihr wisst das ja sowieso alles. Aber das kann der Tobi. Der hat das so gut gelernt die letzten Jahre, ne? Der kann das voll super, euch alle zu hypen, dass ihr uns hier unterstützt. Das, äh, macht er dann gleich noch. Ich sage danke an dieser Stelle. Ich sage danke, dass ihr, äh, trotz einer schwächeren Svecton-Ausgabe uns hier die Treue haltet. Ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende. Wir hören uns bei Raw wieder. Und Tobi, du bist nochmal dran. Ja, Patreon-Klickst, Daumen hoch, ihr wisst Bescheid. Und ansonsten kann ich euch noch... Super. Lager Reder, kurzer Sinn. Schaut doch gern. Äh, morgen war bei Hauptkampf vorbei. Dort, äh, werde ich mit Pro-Wrestler Damek über das, äh, Wichtigste, äh, aus der Wrestling-Woche sprechen. Das Themenvoting läuft auch noch auf patreon.com slash spotfightpodcast. Da könnt ihr eure Stimme abgeben, welches Thema ihr hören wollt. Und ihr könnt uns Fragen stellen, äh, gerade wenn ein Pro-Wrestler dabei ist, finde ich, ist das immer eine sehr spannende Geschichte. Und damit würde ich sagen, vielen lieben Dank, dass ihr uns euer Gehör geschenkt habt. Ich wünsche euch ein fantastisches Wochenende. Kommt auch dann gut in die neue Woche hinein. Bleibt gesund. Genießt Wrestling. Macht's gut. Auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss. Tschüss.